Willkommen zurück auf JanissanTV, wo wir uns gerade durch die 50 besten Schachpartien aller Zeiten arbeiten. Und auf Platz 49 haben wir eine Partie, bei der ich nicht sicher war, ob sie auf diese Liste gehört. Denn sie wird nicht vom Menschen gespielt, aber sie ist so revolutionär für das moderne Schach, dass ich dachte, dass wir diese Partie hinzufügen müssen, weil sie zeigt, wie fortgeschritten das Schach der Engines ist und wie ist das heutige Schach beeinflusst. Wir müssen eine Zeitreise ins Jahr 2017 machen, denn da wurde diese Partie gespielt und zwar zwischen Alpha Zero und Stockfish. Stockfish, ich glaube damals war es Version 8, die dominante Engine ihrer Zeit, mit der wir alle gearbeitet haben, die uns schon unglaublich übermächtig vorkam. Und die klassischen Engines wie Stockfish damals hatten menschliches Wissen. Sie hatten Eröffnungsbücher, sie hatten Endspieltheorie, sie hatten Bewertungsfunktionen für die Stellung. Aber Alpha Zero, ein Projekt von Google, von der Googles Tochterfirma, glaube ich, DeepMind, ist das anders angegangen und hat nur in Anführungszeichen dadurch Schach gelernt, dass er oder sie gegen sich selber gespielt hat und dann herausgefunden hat, was effektiv ist. Sprich, ohne menschliches Wissen. Ich bin kein riesiger Experte zu dem Thema der neuralen Netzwerke, aber das Match und der Ausgang hat auf jeden Fall die Schachwelt geschockt. Und die Partie, die wir uns angucken, ist die, die auf mich den tiefsten Eindruck hinterlassen hat. Alpha Zero gegen Stockfish spielten ein 100-Partien-Match. Nachdem Alpha Zero vier Stunden lang gegen sich selber Schach gespielt hat und dadurch Schach gelernt hat, natürlich auch ziemlich viel Rechenleistung. Also steigen wir ein in die Action. Alpha Zero spielt mit den weißen Steinen, spielt Sprenger F3. Alpha Zero, kein erstes E4-Spieler, interessanterweise. Griff zu erstes Sprenger F3 und erstes Bonner D4. Sprenger F6, Bonner D4 und wir kriegen die sogenannte Damenindische Verteidigung, die Stockfish. Ich vermute, in seinem Eröffnungsbuch hatte, wobei ich nicht genau weiß, worauf die beiden hier zugreifen durften. Rojade, Rojade und Alpha Zero spielt hier den aggressivsten Zug. Bauer nach D5. Ein bekanntes Bonner Pfer, was in den 80ern schon mal in der Großmeisterpraxis in Mode war. Was sich nie so ganz durchgesetzt hat. E schlägt D und Springer nach H4. Versuchst den Bauer zurückzuholen und dann hier mit dem Springer reinzuziehen. Wir diskutieren nicht zu viel Theorie. C6 schlägt, schlägt, Sprenger F5, Sprenger C7, alles noch bekannt. Bonner E4, Bonner D5 und E schlägt D5, Springer schlägt D5 ebenso. Beispiel Sprenger C3, hatten wir auch weniger, aber hat den mächtigen Sprenger auf F5. Kasparo sagte ja seinerzeit, ein Sprenger auf F5 ist ein Bauerwert. Und diese Einschätzung wird hier überprüft, ist ein Bauerwert oder sogar mehr. Stockfish spielt hier den Zug, Sprenger schlägt C3. Der nicht schlecht ist, aber aus Theoriesicht ist, soweit ich weiß, Läuferner F6 die sauberere Lösung. Wie auch im Menschen-Schach schon häufig gespielt wurde. Weil schlägt dann hier, kann sich Bonner zurückholen mit Sprenger E3 oder Läuferner F4 spielen mit Kompensation, aber nicht mehr. Aber Stockfish spielt Sprenger schlägt C3 und Alpha Zero spielt den Zwischenzug. Dame nach G4 droht hier Schachmatt. Schachspieler auch nach G6. Auch hier gab es Alternativen, wir laufen nach F6, aber auch nach G6. Okay, pariert das matt, Sprenger gibt Schach. Jetzt wird zurückgeschlagen und weiß immer noch ein Bauer weniger, aber leichten Entwicklungsvorsprung. Sie werden nicht glauben, was dann geschah. Läufer C8, Dame nach F4, Dame nach D6, soweit so gut. Weiß, will nicht die Damen tauschen, geht mit der Dame weg. Dame nach A4. Stockfish hat erst spät, dass er diesen Springer einsperren kann mit Bauer nach G5. Und den gewinnen kann. Oder ihn zum Rückzug zwingen. Spielbau nach G5. Nicht erzwungen, aber auch nach anderen Zügen weiß, sehr gutes Spiel. Springer raus, kommt der Läufer raus mit Tempo. Also Bau nach G5, der kritische Zug. Alpha Zero zieht den Springer nicht weg, sondern opfert ihn. Und das ist allgemein so ein bisschen das Besondere an Alpha Zero, dass er nicht spielt wie ein Computer tief rechnen und am Ende des Tages auf Materialgewinn aus sein, sondern dass er bereit ist, langfristig materielle Opfer zu bringen für dynamische und positionelle Vorteile. So ein bisschen wie die alten Meister im Schach, nur viel besser. Also es war eine wirkliche Revolution 2017, die ganz viele Leute dazu gebracht hat. Auch Schach. Nachdem wir dachten, okay, wir haben es schon verstanden, Stockfish zeigt uns ja alles, machen wir ganz andere Augen zu sehen. Wem auch sei es, kam der Zug, Turm nach E1. Der Springer, der wegging können, war auch spielbar. Es kommt Turm nach E1, König schlicht H6, Bauer nach H4. Und sowas hätte Stockfish gesehen, wenn es direkt gewinnt, aber es gewinnt halt nicht direkt, sondern Weiß beschäftigt Schwarz mit Drohungen, die aber erstmal pariert werden können. Bauer nach F6, pariert die Drohung, Turm schlägt E7 und läuft schlicht G5. Und Alpha Zero entwickelt in Ruhe seine Figuren. Läufe nach E3, Figuren bauen weniger, wen stört es, wir ziehen die Figuren aus. Läufe nach F5, entwickelt ebenfalls. Es gibt hier Alternativen, König G7 und so weiter. Aber Weiß behält immer sehr starke Kompensation. Der Stockfish, den ich hier mitlaufen lassen habe, ein modernerer Stockfish, der auch hier die neuralen Netzwerke und so weiter implementiert hat. Sieht Weiß hier schon leicht im Vorteil, aber damals Stockfish 8, dachte natürlich, hier bei Schwarz ist alles in Ordnung. Turm A nach T1, greift die Dame an, Dame nach A3, Dame nach C4. Weiß bringt aber die Figur ins Spiel, kümmert sich nicht groß drum, dass er im Moment eine Figur weniger hat. Bau nach B5, vertreibt die Dame, schlägt, schlägt, Dame nach H4, Schachkönig G6. Und jetzt der Zug, der mir aus diesem Match am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Man kann sagen, okay, sehr logisch, die Dame ist angegriffen, muss wegziehen. So viel Felder hat sie nicht, aber es hat trotzdem tiefen Eindruck auf mich hinterlassen. Es folgt der Zug, Dame nach H1. Weiß dann eine Figur geopfert und muss irgendwie angreifen und sagt, hier, ich stelle jetzt mal meine Dame in die Ecke. Ich habe Zeit, dein König ist offen, du bist hier nicht entwickelt. Vielleicht will ich diesen Läufer sogar noch abtauschen mit Läufer nach E4. Dame nach H1. König nach G7 und Läufer nach E4 sagt, hier, ich würde gerne deinen Einverteidiger abtauschen. Ich habe es nicht eilig, meine Figuren sind entwickelt. Irgendwann wird die Initiative sich schon bemerkbar machen. Läufer nach G6. Ich glaube, wenn man hier Engines länger laufen lässt, sagen sie Läufer G6. Der entscheidende Fehler. Und bei größerer Tiefe hätte Stockfish vielleicht Läufer schlägt E4 gespielt. Dame schlägt E4 und König G8. Was ebenfalls extrem gefährlich ist für Schwarz. Aber ich glaube, mit brutaler Rechenpower kann Schwarz eventuell diese Stellung zusammenhalten. Irgendwie sowas und es bleibt völliges Chaos. Ehrlich gesagt, die ganze Partie ist für mich als Menschen nicht. Ich kann sie bewundern, aber man weiß natürlich die ganze Zeit, dass ein Mensch so nicht spielen kann und die Züge auch kaum erklären kann. Es war Schach von einem anderen Stern. Wie man sagt, es kommt Läufer G6, wonach auch wieder nichts direkt passiert. Weiß tauscht, H schlägt G. Jetzt Dame hat ihren Job getan in der Ecke. Dame nach H3. Zieht auf. Bisschen bessere Felder. Aber immer noch an schwarzen Figuren, wenn man das rot nicht direkt weiß. Läufer nach F6. Wieder keine Eile, König nach G2. Ich bereite mal Turm nach H1 vor, hier anzugreifen. Dame schlägt A2. Turm nach H1. Dame G8. Pariert erstmal das Matt. Der nächste Zug ist wieder unglaublich. Ich habe eben versucht, den zu verstehen. Aber es bringt mich schon alles. Sehr amal, die ganze Zeit. Es folgt Bauer nach C4. Die Idee ist, die Dame kann diesen Bauer nicht schlagen. Denn dann wäre Schachmatt. Soweit verstehen wir. Aber wenn der Bauer schlägt, dann würde Weiß weiter angreifen mit Bauer nach F4. Der Unterschied ist wohl, dass wenn Weiß sofort Bauer nach F4 spielt, schwarz Gegenspiel kriegt. Mit Bauer nach G4. Die Dame von dieser G-Linie zu vertreiben. Dame schlägt G4. Und jetzt Dame nach C4. Und dadurch, dass C4 gespielt wurde, und wenn er geschlagen wird, hätte die schwarze Dame dieses Feld nicht mehr. Das ist die Idee von Bauer nach C4. Don't try this at home. Stockfish, der ganz gut rechnen kann, bleibt C. Spielturm nach E8. Und Läufer nach D4. Wieder das Prinzip, was wir schon kennen. Verteidiger werden abgetauscht. Egal, dass weiß eine Figur weniger hat. Es geht ihm darum, die Angreifer da, wo es brennt, zu maximieren. Und solange der schwarze Turm und Springer hier schlafen, kann Stockfish sich das. Kann AlphaZero sich das leisten. Läufer schlägt, Turm schlägt. Wir sehen, die drei verbliebenen weißen Figuren sind im Angriff. Die aber noch nicht in der Verteidigung. Turm nach D8. Versucht, den Turm hier loszuwerden. Schlägt, schlägt. Und nach Dame nach E6 zeigt sich, dass Schwarz nicht rechtzeitig ist, die Turm zu berühren. Im Moment droht Dame E5 Schach. Wenn die Dame dazwischen zieht, dann Turm H7. Die Dame wäre weg. Deshalb ist Stockfish gezwungen, den Springer zu wickeln. Spannert D7, deckt das Feld. Aber jetzt folgt. Der Turm schwenkt, Turm nach D1. Und nach den sehr, sehr vielen Zügen, ruhigen Angreifens, sammelt AlphaZero jetzt Material ein. Schwarz hat nichts Besseres, als mit dem Springer zu ziehen. Und AlphaZero sagt, okay, ich hole mein Material zurück. Und auf einmal bleibt AlphaZero mit einem gewonnenen Endspiel. Der Turm ist im Springer überlegen. Und der Vorteil wird solide verwertet. König in die Mitte gebracht. Der Turm sackt die Bauern ein. Hier der Springer wird passiv gestellt. Und es gibt kein Halten mehr. AlphaZero gewinnt diese Partie. Und gewinnt auch das Match mit dem für damalige Zeiten absolut unbegreiflichen Score. Ich glaube, er hat 28 Partien gewonnen von 100 gegen Stockfish und keine verloren. Für uns Stockfish-Jünger ein sehr, sehr schockierendes Ergebnis. Und es hat dazu geführt, dass viele Themen im Schach neu evaluiert wurden. Wenn man heutzutage Großmeisterpartien sieht, sieht man häufig den Haarbauern-Vormarsch bis nach H6, der auch ein Trademark von AlphaZero war. Zwischen ist es so, dass auch Stockfish aus dem Match gelernt hat, in Erfüllungszeichen. Die neuralen Netzwerke bei ihm auch eingebaut sind. AlphaZero, was ja ein Google-Projekt war auf sehr, sehr viel Rechenleistung, nicht mehr aktiv ist im Schach. Sein spiritueller Nachfolger, lila Zero, ist immer noch sehr stark, aber nicht mehr stärker als Stockfish. Da die führenden Engines alle diese Lektionen von AlphaZero. Zero, gelernt haben. Also, die Partie, ah, jetzt ist das ganze Match, aber ich wollte eine Partie auswählen. Und der Zug, der mich beeindruckt hat, das ganze Konzept mit Figur Weniger zu spielen, aber dann hier mit Figur Weniger die Dame in die Ecke zu stellen, um in aller Ruhe den Läufer abzutauschen, ist extremst, extremst beeindruckend, wie das ganze Match auch. Und die Spuren ziehen sich durch das ganze moderne Schach. Das war Partie 49 unserer Liste der 50 größten Schachpartierzeiten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich verspreche, in Zukunft wird es hier wieder mehr Partien von Menschen geben. AlphaZero's Beitrag zur Schachgeschichte war so groß, dass er sich seinen Platz in unserer kleinen Liste hier verdient hat. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und ihr verpasst kein neues Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.